Bauer sucht Frau Hans trauert um seinen geliebten Hund Cookie. Fans zeigen ihre Anteilnahme. Bauer sucht Frau Hans. Mein treuer Weggefährte musste leider gehen. Gemeinsam mit André und Julia sind sie das Traumpaar der 19. Staffel Bauer, sucht Frau, Pferdewirtschaftsmeister Hans Bock, 65, und seine Elke, 62. Selten hat man zwei Menschen gesehen, die so umsichtig und liebevoll miteinander umgehen. Wenn man die beiden zusammen erlebt, kommt man nicht umhin als zu denken, wie gut die beiden zusammenpassen. Couple goals, würde man sagen. Doch nun hat Hans traurige Nachrichten zu vermelden. Auf Instagram schreibt er, mach's gut, Cookie. Mein treuer Weggefährte musste leider gehen. Schläfriger Smiley. Dazu ein Foto seines geliebten Hundes am Strand, der in die Kamera blickt. Die Fans reagieren bestürzt, versuchen dem Landwirt aus der Eifel aber auch Trost zu spenden. Mein herzliches Beileid. Gute Reise über die Regenbogenbrücke. Cookie, kommentiert etwa eine Nutzerin den traurigen Post, während ein anderer Follower schreibt, mein Beileid, ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn ein Familienmitglied geht weinender Smiley. Aufmerksame Bauersucht Frau Zuschauer werden den Labrador Mischling aus der vergangenen Staffel noch kennen, denn der liebe Vierbeiner war auch bei den Hofwochen Dreharbeiten mit dabei. Zum Glück muss Hans seine Trauer nicht allein bewältigen, er hat Partnerin Elke an seiner Seite, die sogar bald zu ihm auf seinen Hof in die Eifel ziehen will. Untertitelung des ZDF für funk, 2017